und suche einfach mal ein Bett Ah, die Hütte, genau Na, behe, du kommst mir zu nahe, dann mach ich die Facke da Dann gibt es Wurz, ah gut Freunden durch meine Katzen Dann haben wir ja das schon mal geschaut So Möchte für irgendwas Dann lässt du mich jetzt mal gleich ins Haus Beben Gut, lass mich rein, ich muss ins Bett Ich werde noch was trinken hier Hier mach ich mal so eine richtig schöne fette Dose diesmal auf Mal gucken, was das jetzt bringt Okay, ab ins Bett Ich weiß nicht, wie ich die beste Gute Frage Ja, weil ich komm, wenn ich immer wenn ich da bin Ich komme hier nicht auf diesen Berg drauf Das muss ich dann wirklich mal googeln Im wahrsten Sinne des Wortes Und dann sehen wir uns quasi In der nächsten Folge wieder eigentlich Okay, er hat getrunken Okay, er hat getrunken, er hat gegessen Die brauche ich ja jetzt nicht Die war leer Er hat lange genug geschlafen, er ist geheilt Wenn ich jetzt hier dann gehe Ich kann ja mal hier dann gehen Aber auf dem Eis sind auch immer wieder Wölfe Aber auf dem Eis sind auch immer wieder Wölfe Ich muss mal gucken, dass ich hier andere Wege festgehe Das wäre einfach mal die Umgebung mal ein bisschen kennen Im Moment ist es ja auch schön Da sehe ich den Zugreis, man kann hier rüberlaufen Dann zieht sich die Zu Weihnachten Vor Millionen Jahren In Afrika zu Spanien Bei einer Spaziergang war mal in Europa Heute ist ein bisschen weit auseinander geprüftet Immer nicht mehr schnell, aber um die Öffel oben Kann der nicht über Schnee laufen? Doch Ich bin gerade gewundert So, dann bin ich wieder da Was spürt er denn hier? Man sieht ja, es kommen langsam wieder kleine Hütten Und wenn ich den Schlafsack finde Dann werde ich den Schlafsack freien Ja, also Fluchttiere wirklich doch Das wusste ich Abschießen werde ich nicht Abschießen werde ich nicht Man kann auch von hier hinten auch Ich gehe einfach mal einen anderen Weg Und jetzt hier in einem anderen Weg Die Gegend kennen Kannst du lernen über den Tunnel Kommt man selber nicht Ja, die Hütten hatten Ja, die Hütten hatten ruhig mal einen besseren Zustand Ich bin ehrlich zu sein Hier ist eine Hülle Jetzt führt sie wohl hin Und dann Speichern Ach, hier ist nicht weiter Aber hier drinnen kann man sich zumindest aufhören Wenn ich jetzt wieder hier draufgehe Dann wird dieser verstaut Das ist jetzt wieder was Aber ich möchte nicht Dann werde ich den Verwenden dafür verdrauchen Ich bin gespannt, wie die kleinen Neue Orte entdeckt Hütten am See Wo ist die Tür? Hier kann man definitiv schon mal schlafen Hier kann man definitiv schon mal schlafen Das ist schon mal gut So, so siehts so von drinnen aus Stoff Natürlich auseinander nehmen Ich brauche einfach mal eine Binde Eine Dose Butter Okay Dann haben wir das schon mal hier Ich denke, ich kann das Ich muss ja gleich mal gucken Aber erst mal Aus Nein Aus Naja blöd wenn da Das ganze Zeit hier läuft und Naja Ihr wisst schon Das ist super Okay Dann sollte er jetzt nicht mehr Übergewicht haben Dann sollte er jetzt nicht mehr Übergewicht haben Dann sollte er jetzt nicht mehr Übergewicht haben So sieht die Hütte also von innen aus So sieht die Hütte also von innen aus Was irgendwie nicht War Wir haben hier ein Nebelschein richtig schön vorgedrungen Wir haben hier ein nebelschein richtig schön vorgedrungen Ich würde er sehen die anderen Straßen Nö, will ich aber nicht. Ich mache hier keinen Holzfäller. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und ich muss mir schon überlegen, ich wisse Hütte 2. Geht ihr? Okay. Dann nehme ich die Hütte erstmal. Werde mich erstmal hier drinnen vertreten. Ich zeige euch mal die wunderbare Hütte hier. Hier ist ein wunderbares Fettchen, Kugzeug, ich nehme mal was. Das geht. Nee. Aber hier? Hat er jetzt den Müll? Nö, da ist der Müll nochmal rausgebracht. Einfache Notiz. Denkt mir sowas? Außer, dass ich immer noch hier rüber muss. Die beste Verteidigung. Das werde ich jetzt mal bei Google dann googeln und dann werde ich euch mal... Ich werde mal schauen, ob ich das hinbekomme oder nicht. Wie gesagt, ich wollte sowieso noch fünf Folgen damit spielen. Jetzt bin ich ja schon bei Folge Box der Router. Ja, mir macht es aber Spaß. Also ich würde schon gerne weiterspielen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.